Servus miteinander, wir machen hier wieder ein neuer Fundort, was zum Buddeln wieder und eine Kiste, eine Schiefer Pfeilspitze, gibt es auf jeden Fall hier öfter, so aber hier, dann zeige ich euch mal gleich wo es ist, so das ganze ist hier der Oversina schon, die Wallace Station und hier Big Valley und hier direkt neben dem Wegesrand eine Pfeilspitze, so, dann gute Nacht, bis dann, ciao.